Darf ich nur erklären, ich plane ja gar keine Vorstellung zu geben, ich möchte es nur aussprechen können, nur von meiner Familie, vor denen, die es wissen müssen. Ich kann diese Last nicht länger tragen. Es muss erzählt werden. Ich erinnere mich, dass man ein altes Gespenst, das immer noch spukt, nur bannen kann, indem man es austreibt. Also gut, mein Gespenst sollte ausgetrieben werden. Ich würde meine Geschichte erzählen, ich würde sie sorgfältig und sehr detailliert niederschreiben. Ich würde meine eigene Gespenstergeschichte schreiben und sie dann, damit alles wissen und ich endlich von ihr befreit bin, im Erzählen noch einmal erleben. Gerblau, sind Sie ein Verwandter? Nein, nein, ich bin Ihr Anwalt. Boah, es stand da wie ein Leuchtturm, wie ein Leuchtfeuer. Da hatte Mrs. Pueblo Freunde oder wenigstens Nachbarn. Ilmarschhaus, liegt weit entfernt von einem Nachbarn. Was verheimlichen Sie mir, Mr. David? Was verheimlichen Sie mir? Kettit! Nein! Kettit! Kettit! Amen.